Hallo. Hi. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Spanner Inferno. Greif mir an die Augen. Leute, wir rushen jetzt innerhalb von zwei Minuten da durch. Wir waschen. Das wird jetzt hier hart. Komm, Kevin, mach mal die Calls hier. Du musst dir eins wieder was kann. Ja, ist so. Ja, okay, kurz schon ein bisschen. Bisschen. 20-Level-Unterschied. Okay, nice, du spielst hier. Level sagt ja mal überhaupt gar nichts aus. Kevin muss Level 70. Ich meine, du musst Level 12, Max, und das heißt ja wohl nichts. Besser als hier alle, ihr Lappen. Ja, mann, das passiert mir halt manchmal. Jawohl. Ich spiel da. Ah, ich bin Genji. Mann, ey, ihr seid alle so behinderte Spasti-Clowns, die kein Support spielen. Kucha! Kucha, was soll das, Alter? Achso, das geht jetzt ein bisschen zu weit! Kucha, was soll das machen? Sorry, aus dem Tun. Ach, hier, der Support-Player. Nee, man muss nicht die Scheiße hier spielen. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Dir geb ich keine Schilder. Ja, du kriegst auch von mir kein Heal. Ja, ist mir egal, aber auch kein Heal. Ich will Schild und Heal fort. Oh, gamm, 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 gamm. Lass mal ein Song machen. Bam, 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 bam. Ich finde, das ist schon richtig cool. Lass mal einen Song machen. Bam, 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 bam. Ich finde, desto härter der Schuss ist, desto lauter soll das auch sein, so weiß ich nicht so. Ja, ja, und dann kommt ein Helikopter am besten. Und dann kommt ein Helikopter, Alter! Boah, Alter, das war übel, das gibt alle in meinen Augen, Johnny. Achtung, die haben eine Widow, geradeaus durchstehen. Ey, ich seh mal einen Jude gar nicht. Der war auch eine Pharah. Ey, hier ist ein McCree, der einfach rumsteht und tut es knapp. Ja, natürlich. Und die haben auch einen Turm. Joa, gut, dass ihr euren Helikopter so gut beschützt. Alter, gut, ja. Wie ist er euch? Ja, die Aussage, der da einfach so steht, ist jetzt nicht so aussagefähig. Ja, bei mir wahrscheinlich, wenn ich sage, hier bei mir. Ach ja, danke, da gucke ich einfach kurz auf meine Minimap, wo du stehst. Ja, du drehst dich mal um ein kleiner Speckmogli. Ich hab eigentlich keinen Support mehr jetzt. Was ist denn los bei dir? Nee, reicht mir jetzt. Was passt das? Ah, kacke. Jetzt haben wir zwei Tracer. Ihr bleibt einfach auf dem Pillar. Tracer, Genji macht alles. Ihr bleibt einfach nur da drauf. Sehr gut, ich geh grad noch's mal. Was ist denn jetzt? Kein Support, oder was? Ja, dann wechsel ich halt. So, dann zeig ich dir mal, wie man das richtig spielt. Das sieht richtig aus. Okay, also an das Ding, ja? Fuck, Alter. Der wollte Flash töten und hat aus Versehen nicht getötet. Alter, ich komm raus und wenn... Wo sind denn alle? Also aus dem Spawn kommen wir übrigens nicht raus. Da sind, äh, zehn Pfarrers gefühlt. Also ich werd grad von nem McCree gemacht. Nee, nee, zehn. Nee, nee. Da komm ich mit. Ich kann mit der FPS-Zahl gar nicht schießen. Ich wechsle nur auf Heiler. Geil. Ich hab nur mit 30 FPS oder so, das geht überhaupt nicht fit. Warum bin ich denn erster mit einem Kill? Was ist denn hier los? Oh, was? Alter, mit, er hat die mich weggesniped. Ja, ich wechsle wieder. Können wir? Können wir jetzt? Ja, dann go. Deine Ul ist jetzt nicht so übel sick. Ja, aber ich krieg die dummen Wichser nicht mal weg hier. Keine Ahnung, was ich spielen soll. Ich spiel jetzt einfach wie der Soldier-Hater mit mir. Ich bin ja einfach Soldier-Manager. So, geh rein. So, geh rein. Ich komm halt einfach nicht raus, ne? Ja. Was? Wie die uns weg machen? Nein, guck mal, jetzt machen wir sie doch, jetzt machen wir sie doch. Wir müssen mal ein bisschen trusten, so. Wir müssen den McCree halt mal kriegen, so. Keine Ahnung. Ja, das sag ich seit Anfang an. Ja, ich geh mal jagen. Oh. Ich geh mal jagen, Johnny. Jetzt müssen wir mal nach vorne hier. Ich geh mit dem Max den Damage Plus. Der hat er nicht verdient. Boah, der Lusche ist halt nicht. Oh, was? Hier, hier ist er, hier ist er. Ja, danke für die Aussage. Ähm, ähm, ähm. Ja, sorry, Mann. Ich hab gepanickt. Ist oben rechts auf dem Dach. Ich schlitze grad hier. Heal. Oh fuck's sake. Alter, aber wirst du... Kannst du vergessen? Du kriegst gar nicht mehr von mir. Die Slowdie, bitte. Hab ich. Ich geh mit dem Max den Damage Plus. Danke. Wir müssen ein bisschen benachteilen. Hier ist ja. Ja, du bist auch krass. Ach krass. Ja, übertreib halt durch. Die Payload zieht er mich. Oh, hinter uns. Oh, hinter uns. Oh, Leute. Ja, der kriegt doch. Wahrscheinlich bei ihm nicht, ey. Gucken wir uns an. Ey, ich fühl mich einfach nur wie der Überziehung. Hä? Es sind, es sind alle tot und er macht erstmal Heino. Ja. Ich hab das geschützt. Alter. Ich krieg nur aufs Maul. Wenn das die fühl, Junge. Parra ist über uns oben. Echt? Ich knall die weg. Mit Ult. Die Slowdie Slow. Hey, hey. Los geht's. Kinkazu. Wo der ist da? So. Wollen wir? Wollen wir, Kutcher? Weil der steht auf dem Ding. Okay. Du bist tot. Ich hab das geschützt. Ich hab hier bitte gekillt grad. Der wegfühlt bei uns auch ganz schön kaputt von da oben. Oh shit. Okay, das war das eigentliche Schütz. Ich hab das gar nicht gesehen. Der stand einfach vorne. Wollen wir hier mal irgendwie gemeinsam um die Ecke? Ich hör mir den. Ich hab das nicht so, ich glaub ich jemals gemacht haben. Das glaub ich irgendwie nicht so. Nee, glaub ich gar nicht. Oh, der Turm steht einfach rechts im Gang. Hab ihn. Wollen wir um die Ecke? Drei. 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 Eins. Go. Der Schütz ist direkt rechts. Hinter uns Farrah. Hinter uns Farrah. Oben Widow, oben Widow. McCree habe ich. Nice, Leute. Wird hier gemacht von der Farrah. Achtung. Ist geschützt. Oh mein Gott. Oben links Widow. Das ist so low. Hab sie. Wow. Gut. Das kann ich kommen. Oh mein Gott. Ja, Turm ist weg. Wir haben noch 30 Sekunden. Wir müssen durchfluchen, oder? Ich hab's da. Ich hab's da. Ich hab mal Null Kids. E-Einigt Healing. So, wir müssen jetzt da. Ich bin tot leider. Kommst du jetzt? Stimmt. Komm schon, Mann, Tobian! Du Fickgeburt! Oben im Fenster. Der ist oben im Fenster. Ach. Das war gut. Komm mal, jetzt ist mir hochgeflogen. Scheiße. Oh, nice. Oh, der Fick hat sich gehealt während... Ich wusste gar nicht, dass es geht. Ja, nice. Was? Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Der McCree, Alter, ist der... Keine Ahnung, der ist... Der kommt erst mal hinter uns. Oh mein Gott, die Farbe. Der greift uns das an und keiner dreht sich um. What the fuck? Ich habe ihn nicht gesehen. Ah. Ah. Mann, Mann. Oh, schade. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen... Alter, der McCree hat uns mindestens von... ... von... ... sechs Mal... ... sechs Mal hat er uns von hinten einfach gekillt. Ah. Definitiv nicht so gut. Ja. Highlight des Spiels. Das war echt Highlight des Spiels, ey. Jetzt bin ich mal gespannt. Das war ihr ult, glaube ich. Und dann hat sie mich noch geholen. Das ist eure gerechte Strafe! Aui. Übereinigt. Da komme ich noch. Der Hand of Blood noch, ey. Okay, dann war's nicht gut. Wenn man Hand of Blood killt, dann kriegt man schon mal Pay of the Game. Boah, 500 geblockt. 500 Schaden geblockt. Da, da gehen wir mal den MVP für. Da, auf jeden Fall. Direkt sechs. Für 500 Schaden, da muss man auch mal klatschen. Konnt ihr keinen Schaden blocken, weil ihr mal tot wart, ihr Noobs. Ja. Wir haben dir grad MVP gegeben. Sag mal ein bisschen respektvoll hier. Ja, ist schon. Wie reicht's jetzt? Spongo. Es geht besser, Jungs. So heiß, Alter. Alter, Max, wie immer zielst du das bitte? Ohne hier in der Sauna. Ich hab hier einfach zwei Sonnen in zehn Quadratmeter. Ja, ja. Dann kauft ihr doch einen Pool für dein Studio. Ist ja doch richtig. So ein Fußpool, ey. Bisschen Planschen, ey. So, was spielen wir denn jetzt, Jungs? Ups. Nicht das, was ich hier grad sehe, alles. Okay, dann wechsel ich halt auf den Angreifer. Ja, das war okay. Da wird meinen FPS nichts anderes spielen, außer Mercy, ey. Wie wärst du denn? Drei? Valve. War Valve? Na, ich hab 30. Boah. Das ist halt so ekelhaft. LoL ist ja schon eklig mit 30. Ja, aber das geht noch einigermaßen. LoL ist auch eklig mit 80. Wir haben kein Konstrukteur bei mir. 80 merkst du locker. Ich hab durch den Raum aber gar nicht. Ich schon. Ja, zwischen 60 und 40 würd's schon, aber ich würd's schon spielbar bezeichnen. So. Alles unter 120 ist nicht mehr playable. Verwendig gehöre. So ist das. Genau, so wie alles unter 30 mit Pink, ey. Äh, drüber. Über 30, ey. Ist auch schon Katastrophe. Sag mal, von... Wie heißt der Fahrzeug nochmal? Roadhog? Roadhog. Wenn der... Der Rechtsklick ist eher für Range, ne? Ja. Was haben wir hier für ne Kom? Ja. Rechtsklick hast du ne Mid-Range und links gibt's halt Medium. Ja, mal... Ne Kack-Kombo. So richtig rot. Gut die Kombo. Richtig hingekackt. Ja, aber dann macht doch mal Vorschläge. Ich versteh das immer nicht. Ja, ihr könnt ja nicht alle Champions spielen. Deswegen, was soll ich da sagen? Außerdem spielt keiner von euch Support. Ja. Soll ich keinen auch Support spielen? Ja, dann lauf zurück und geh auf den Lusho. Aha. Ja. Ja, wenn ich totbespiele... Lusho macht der Öl Bock. Ja, dann mach er's im Spiel. Ja, wenn ich... Okay, wenn ich totbespiele. In der Mitte kommt... Der Dicke. So ne schöne Farah mit Soldier, ey. Geil, ey. Oder... Farah mit... Jetzt snipest du, Junge. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt was treffe. Ups. Oh, die kommen links raus, links raus, links raus. Machst du ein bisschen vorne. Ja, ich... Farah hab ich. Loil. Und ich werde hier grad von der... Bei uns rennen sie einfach durch. Das ist der Shit. Genau, ich bin da. Hälfte gegen die Tracer. Lebst du noch? Ich bin tot. Oh, what the fuck. Der Diva ist da von hinten. Krass, ey. Also ich hab damit... Der Diva ist da, wo ich grad war. So. Der Dicke kommt wieder. Spiel mal dabei sofort. Aber wenn wir dabei sofort spielen, brauchen wir halt auch... Ja. Der Dicke rollt. Oh Leute, die sind einfach schon hier? Schon hier? Ach, ich kann da nicht durchgrabben. Ich hab da nicht. Das ist ja anders. Ist ja anders. Ist ran dabei. Da kam ne Tracer. Da kam ne Tracer. Da kam ne Tracer. Da kam ne Tracer. Hä? Oh je, die Tracer, die nass kann das sein. Oh. Oh, die Tracer steht grad einfach in... Fünf Leute. Komm mal, Alter. Leute, ihr seid da zu viert in dem Haus drinne. Anstatt Paylo hier zu kommen. Wir kommen halt nicht raus mehr aus dem Haus. Ja. Alter, da ist die Single-Ul. Oh, ich hab mich einfach nachdem ich wieder aufm Spot kommen. Kann Ultien? Das ist das übelste Duell jetzt hier. 1v1. Ich glaub mit Roadhog. Das wird nichts. Kannst du ein Damage-Deal hin und switche hier. 1v1, aber ohne kratzen hier. Ich hab Ultimate-Ready-Win irgendwie noch. Alter, diese fucking Diva aus ihrem Panzer. Die kannst du nicht hitten. Das ist einfach wie, als ob du versuchst, einen Marienkäfer mit... Also ich bin ready. Hä? ... mit einem Panzer abzuschießen. Ja, warte, warte, warte auf mich. Jo. Da oben ist die einfach schon. Was geht, Alter? Was geht? Die sind einfach vor unserem Spawn. Ja, die Spawn können wir uns nicht. Ja, wollen wir? Alter. Jo, wär nicht ne gute Warte. Muss halt auch meine Ultimate waren. Ist gut. Da hätt ich übrigens schon... Okay, jetzt, 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 jetzt. Nice. Johnny? Ja. Wow. Wie der Ein-Mann-Ult-Mann, was ist denn das? Ja, ruhig dich doch mal. Der fucking... Der fucking Reinhard ist an der Payload. Was macht er? Charged auf mich zu. Ultet mich. Ein-Mann. Da hinten ist ja irgendwas. Kommt zum Payload. Klar. Payload. Diva wird hinten kommen. Ja. Low, low, low. Ups. Da hinten kommen sie. Okay, dort werde ich hab dich gar kein Problem. Schieben! Mach das Schild kaputt, mach das Schild. Mach das Schild, mach das Schild. Mach das Schild. Mach das Schild. Kommt. Der riecht los, wenn man wirklich so schieben könnte, das Ding. Um, um, um. Oh, fuck, da sind wir einfach. Oh. Ich hab dir recht gestrahlt worden. Was? Autschi, Autsch. Okay, ich glaube, ich bin ein bisschen Riff. Fast nicht. Ja. Ich hab den zweitmeisten Damage, aber nur zwei Eliminierungen. What the fuck? Da war ich auch immer richtig effizient mit meinem Damage. Aber gerade halten wir ein bisschen. Oh, ne. Jetzt fährt er wieder immer. Also gerade halten wir eigentlich gar nicht. Ja. Oh, du bist ein bisschen. Ah, die sind gerade mal gespawnt. Die Hilfe. Hm. Wir haben eine Bombe drin. Ich hab den Reinhard. Weißt. Was? Ich hab den jetzt gemacht. Ich hab den Jeansiert. Was? Ja, was? Scheiße. Ich hab dich in den Jena. Wie hat der mich nicht? Ich teppel dich wieder auf. Boah, okay. Okay, ich hab den ja eigentlich nicht mehr, ja? Ja. Haben die nicht eh schon eh schon gewonnen, weil die beiden sind jetzt ... Nein, 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 nein. Das wird rank so. Ja. Oh mein Gott, ich geh gerade nur aufs Meilen. schon wieder. Man hat einfach manchmal so ein random Game, wo du nichts machst, außer sterben, hab ich das Gefühl. Die Mercy? Oh mein Gott. Alter, das ist ja echt nicht mehr verehrlich, man. Die radieren uns aus. Es ist übel eklig. Ja, aber es liegt an Lex. Ja. Ja. Auch mein Bildschirm gar nicht. Ja, wir müssen jetzt rauf, ne? Sonst ist da jetzt... Wer ist dahinter denn? Hey, düst einfach weg! Ich brauche so die rechte Straße an, Leute. Digi, wo kann I? Alter, der holt... What the fuck? Alter, die Fahrer, die fickt mich komplett weg. Go jetzt, Junge. Alles geben, Boys. I believe. 4 Meter. On spot. Oh, nice. Go, off the pale! Alles war nice! Na gut, das war fast ein knappes Spiel. Ja, das war ein weiterer Vergewaltigungsschub. Geh auch mal den Level von denen an. Das ist übel unfair. Ja, übel unfair. 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 36, 36, 36, 39. Der eine ist 136, ne? Ach ja. Okay, dann ist Übel unfair. Ja, die Tracer war recht nicht schlecht. Wieso 136? Das Sternchen ist 100. Oh lol. Okay. Ja, ciao! ... лю... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017